Job! Ja Job! Ja Job! Und heute ist der liebe Leon am dabei. Seemus. Meine aktive Freunde. Wir spielen am erstes erstmal Sesson! Ja, meine Kopfhörer sind rausgefallen. Juhu! Mal schauen wie es wird. Wir müssen aber nebeneinander so aufdehnen. Ähm, ein Zuschauer, eine Nachricht. Ja, ich kann erst gleich schauen. Erstmal wieder beenden. Wir müssen nebeneinander. Das macht das keinen Sinn. Hi! Real Ritz von 187. 187. Pläne, Pumka Pum Pum Counter. Sp见 die Leute mike, guck's dir ganz Ajax! Jaaaa, nebeneinander! Komm, nuhts go! Kennst du den Death Guard? Nee. Er ist easy. Noch mehr. habe ich ihn in 6 Minuten geschafft, aber ich warte immer auf dich. We warten immer gegeneinander. Ja, auf der Frag kommt kurz. ich bin so schlechthin egal ist gut unterhalten er hat es geschafft ich bin nicht der beste in ich sag euch ehrlich ich hab's mal wieder geschafft aber man kann auch bauen also bauen ist ehrenlos jetzt kann man doch alles immer 42 außer jetzt auf einmal ich bin aus versehen zurückgegangen wie zurück naja ich bin mit dem gesicht zu anderen seiten gestorben war richtig ich hab's oh ja man kann das mit einem man kann das mit einem versuch schaffen hoch zu kommen habe ich gerade geschafft ich hab's noch nie geschafft ja moin mit einem versuch probieren wir mit einem versuch ja das kannst du auch ich bin ehrlich nicht gut da drin das macht man doch nicht so juhu juhu moin 0 6 ach keine Ahnung was für zahltelefonnummer oder was Hoffmann hab ich dich direkt an rufe ich dich mit meinem 2er Handy an ach mal und st das hat nur zu zwei Zuschauer warte wir spielen nach der Orte Oha, wie er mich fertig macht. Guck ganz kurz. Ich bin gefleckte Flamme. Ja, hast du Telefonnummer oder was? Kommst du jetzt auch mal? Oha, ich bin gefleckte Flamme. Bist du an der letzten Falle gestürmt? Ja. Moin Lukas, was geht? Danke an die vier Zuschauer. Was geht der Plan? Du holst mich doch eh ein, also von daher. Aim, aim, aim! Oha, ich verzweifle hier. Immer wenn ich dafür mache, verzweifle ich. Ach, da gibt's noch was mit Flamme. Ich hab den Dessert noch in 6 Minuten geschafft und er kommt hier auf die Karten. Achso, warte, du musst ja noch nicht durch. Ila! Du schaffst es drauf nicht. Okay, das ist definitiv peinlich. Ich weiß, ich werd von deinen Zuschauern nie schon ausgelacht. Was ist das? Wann kommt's? Erde weh. Ah, ich weiß nicht. Egal, ich bleib immer hängen, immer. Ich glaub erstmal nicht. Erstmal, ich muss mal wieder öfters mal Battle Royale streamen. Weil, rdw, ich glaub Battle Royale feiern die Leute mehr. Ja. Nur mit meinem YouTube Partner mach ich, ähm, BR. Äh, rette die Welt. Ich bin übrigens schon da, ne? Ja, tja. Oh mein Gott! Ich verkrackte. Kann eins nicht. So, ich geh schon mal ein bisschen weiter. Ich werd so lange nicht. Hä, muss man nicht in Goldskraft fahren? Ja. Guckst du in der Tür oder was? Ich muss ganz kurz jemand hat Kommentar... Was Kommentar was? Zu meiner vor sieben Minuten. Mein Livestream? Kommentar, warte. Kann ich mitmachen? Kannst du öffentlich machen? Ey, ähm, mach mal ganz kurz öffentlich. Weil jemand will rein. Ja, gleich. Och, digga, ich bin glaub ich so lost geworden. Ich mach das gleich mal rückwärts und wenn ich das first try mache... Ja. Wie gesagt, first try, Kappa. Ich muss das selbst erst mal schaffen wieder. Das ist komplett einfach. Aber was... mit dem Leon? Ich hoffe, ich wüsste es nicht mehr. Spaß. Hi! Ja, immer noch Lukas. Moin, was geht? Danke an die sechs Zuschauer! Ihr seid sooo Ehre! Ihr seid so welche Ehrenmänner, Ehrenfrauen, keine Ahnung was... Ich komm noch an! Iiii! Iiii! Sorry! Ich kann grad nicht! Ich mach keine Party! Ich bin sowieso grad schon anders aus. Iiii! 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 Spaß! Können wir mal RDW spielen? Grad nicht! Bin ich ganz ehrlich! Also im Moment gibt's nicht! Aber wir können's... Wir können uns meinwegen... Irgendwann anders spielen! Ich mach mal eben die Party auf... äh öffentlich kurz! Äh Gruppe öffentlich! Nicht passend! Hab öffentlich! Alex? Ja? Kann ich schon mal kurz auf mich warten? Ja? Kann ich schon mal kurz auf mich warten? Wieso? Ist so nicht hinter mir? Äh... Ich bin immer... Also... Wir sind Party Shirt! Haha! Keiner... Keiner darf Party Shirt kommen! Ha! Wir können nur... Ich hab keinen Bock zu Leuten zu reden! Grad! Ich weiß nicht wieso! Hier muss man auch... Wenn man das nicht schafft... 5 Level zurück! Und... Hast du's geschafft? 5 Level zurück! Ja... Da sitz ich mal... Paar Sekunden dran! Äh... Paar Minuten... Eher... Und hast du's geschafft Leon? Hast du's geschafft mit den 5 Level? Hm... Ja? Nein! Dann bin ich... Aber hast du's? Wo bist du überhaupt? Ich sollte's nicht mehr verrecken! Das ist korrekt jetzt! Was ist das?! Was denn?! Wo bist du?! Du bist erst mal 30?! Du hast Dessern gesagt! Ich mach Dessern... Ob sie da... Ich verkack das jetzt die ganze Zeit! Mein Rekord war 6 Minuten irgendwas! In diesem Dessern! Habe ich aber auch alles fürs Try geschafft! Außer eine Sache! Habe ich 3 Minuten gesessen! Habe ich 3 Minuten gesessen! Dieser Sprung ist unmöglich! Also möglich ist alles, weil ich bin schon weiter! Mein Freund... Und mein Freund ist viel schlechter als du in Schaffensfeld! Und besser! Aufgereicht jetzt! Ja das... Okay, das hab ich jetzt schon mal geschafft! Jetzt darf ich nicht mehr Fettfinger! Ja... Fettfinger-Tour! Äh... E-Kind ist auf jeden Fall auch am Start! Ja! E-Kind war grad noch bei 3! Auf einmal respawnen! Nicht auf einmal bei 9! Vielleicht noch irgendwas! Ist ja nicht so, dass die... Dass der Greggler... nicht aktiviert wird! Mhm! Okay! Ohne Spaß Digga! Ich schaff das alles! Ich war einmal im Stream! Ich mach das einmal im Stream! Das schaffe ich nicht! Digga! Ohne Spaß! Ich hab keinen Bock mehr! Hey! Guck mal wo ich bin! Nein! Meiiiil! Meiiiil! Torridor! Du kannst... Weitlich! Du... Fisch! Hallo! Lack mich noch einmal an... Lack mich noch einmal an... Lack mich noch einmal... Corona-Huner-Nah! Bei mir ist jetzt komplett Internet-Lag! weg! Bei mir barren die ganze Zeit die Impulskanaten weg! Guck mal wo ich bin Digga! Und ich verreck die ganze Zeit! Bei den einfachsten Level der Welt! Ey! Ohne Spaß! Wieso bin ich so dumm? Wenn ich noch einmal verkacke, ich beende den Scheiß-Lifen! Geht doch! Es geht doch! Ey! Ja, bin durch! Gleich musst du bei den 5 Level zurück! Gleich musst du 5 Level zurück, Kollege! Ich bin 22 mehr gestorben! Oh Scheiße, warte! Ich verpink du was... Dings! Müsstest du... Da gleich bei den Jetpacks sein, oder? Oder bist du schon bei den Jetpacks? Warst du schon bei den Jetpacks? Bist du... Da hinten ist das richtig schwere... Und das ist das Jetpack... Okay! Komm Leon, das schaust du! Ja, stark! Ach, schade! Hallo Leon? Leon? Hallo! Hallo! Ja! So! Würde ich mal sagen, das war's! Dann... Dann geh ich ganz gespielt... ...Leon? Ja! Was ist mit dir los? Ich hab dich die ganze Zeit gehört! An wo? Ich nicht! Ich hab dich nicht gehört, Leon! Warum musst du Stream beenden, Leiter? Es macht doch Spaß! Es macht Spaß? Ja! Alex! Sag mir mal kurz in welche Richtung... Hä? Warum bin ich so weit hinten? Ja! Weil du... 5 Level zurück... Wenn du da verkackst... Wenn du da verkackst... Ich mach einfach keinen Bock mehr! Offline... Schaff ich das... Das hier in 6 Minuten... 45... Und dann... Wenn du da verkackst... Du musst das durchmachen! Du musst... Springen und dann direkt nochmal springen! Also nicht direkt, sondern... Ganz kurz... Eine halbe Sekunde warten! Wo ist die... Wo ist die E-Kind? Digga, was ist das denn? Der E-Kind schummelt! Deine Fans lachen mich so oder so aus... Weil ich so schlecht bin! Ich zeig nicht so viel von dir! Leute! Alle abschicken! Leon, 2.0! Digga, ich bin schon durch! Das ist so langweilig für die, die grad zuschauen! Drei fucking Leute! E-Kind, schaffst du mal streamen? Ja! Mach aus! Sofort! Ja, warte! Ich erklär dir jetzt auch wieso! Wegen diesem scheiß Coronavirus... Könnte es sein, dass mein Stream öfters mal abbricht! Ist das Ding! Hi! Bin Ada! Unterschricht... Kur... Ach, ich kann den Namen nicht aussprechen, Mann! Mein Sprachen der Bubble, nennt man das! Von Insta! Bruder! Ich weiß auf jeden Fall wer du bist! Jetzt auf jeden Fall! Ähm... Ja... Habt ihr jetzt schon vergessen, wie der heißt? Irgendwas mit Ada... C... U... Keine Ahnung... Ich bin schon Level 35 und der ist trotzdem noch so... Ja, der ist einfach! Der Level ist easy! Boah! Was willst du? Was glaubst du da immer noch? Bei den 45 Dings? Oder hast du es geschafft? Digga, dann jump ich mal durch und dann... Hahahaha! Hahahaha! Mach wie du willst! Also ich mach das immer so... Komisch! Von Insta, Bruder! Ist hier irgendwo mein Handy? Stugel dich! Handy! Er hat ein Handy! Wo bist du? Oh! Oh! Nicht ernsthaft auf den Sofa! Jetzt muss ich auch noch aufstehen! Naja... Gedank, Leute! Muss ich... Da fallen noch meine Kopfhörer raus! Ich muss anmerken... Ich hab Handy Kopfhörer drin und kein Headset! Weil... Headset ist viel zu teuer! Kein Bock auf so ne Scheiße, das bei mir nur 4 Sekunden hält! Oder... Oh! Mir folgen wieder 3 Leute auf Tic-Tac-Toe! Geilu! Rate mal wie viele Follower ich hab Leon! Hihi! Was weiß ich? Ich hab 4! Voll krass! Oder? Wie lange brauchen die, Mann? Ich hab keine Ahnung, Bruder! Das frag ich mich grad auf! Und? Wie lange braucht ihr noch? Ach! Apropos! Hihi! Du hast gesagt, 35 ist so einfach? Und du bist immer noch 35? Oh! Oh! Er fettet grad so hart! Und schafft er es! Schafft er es! Schafft er es! Schafft er es! Und? Nö! Hey, ich mich nicht! Ich bin stolz auf dich! Also ich bin so dumm in und hier! Ahh, jetzt! Jetzt hast du es geschafft! Eiken! Eiken! Ich bin stolz auf dich! Gleich fällt der da gleich noch runter. Und schafft er es! ach dieses auto ding ist doch einfach ja und ich muss ich ich hab mal keine ahnung zwei jahre später ja aber wie heißt er noch mal aber ja aber wie alt bist du oder interessant gefrage interessant oder ich habe 113 follower und ich habe ein like traurig guck mal ich folge drei ich habe zwei videos haben alle aber habe alle anderen gelöscht 9 ok und habe 113 follower und ein like einfach kippen drei drei leuten erholt mich fast ein erholt dich ein nix gegen dich so köln die euch so ein bisschen schafft alex aber jetzt darfst du bloß nicht mehr runterfallen und zu tun und uns haben wir schon wieder zu kommen wenn wir nicht hast du mir kommt da muss ich leider wird wirklich hart du musst bringen habe ich doch aber mehr wie will ich mehr springen du musst gut springen was ihr seht und unter joker leon er hat er darf du kannst hier noch untergehen einmal kannst du noch untergehen ach so noch einmal hast du es jetzt nicht das ernst du kannst noch einmal ich war auf den reifen drauf aber ich hatte das hatte nicht mit der springen direkt du kannst auf dieses ding noch gehen kannst auf diesem gegen ding noch gehen und dann in der mitte dieses ding noch dann hatte ja da und jetzt nicht mehr jetzt kannst du nicht ja da muss man immer fünf level zurück wenn man das hat da bin ich auch verrückt geworden ja ich bin auch verrückt geworden alex du hast du ich habe es Das kann noch eine Weile dauern, bis ihr Kind drin ist. Also der eine hat es schon mal geschafft. Ich habe Hunger, jetzt ohne Spaß, Mama komm nochmal, ich will dir was sagen, ja, ich will nicht. Komm, lass Wettren machen von hier, guck. Hast du das auch geschafft, Elite? Ja, ja, du musst richtig spät erspringen. Ich habe es schon geschafft, aber du musst wieder die Autos tun. Ja, weil wenn du diesen einen Jump kannst, dann kannst du nicht. Du bist im 74er gestorben. Ja, hör, das ist nur Anfang, oder? Wir haben sich versehen. Ja, ich kann nicht. Ja, ich kann nicht. Kannst du mir was zu essen machen? Nein. Ich habe auch Hunger. Kann ich denn Eis essen? Pizze, Eis auch nicht. Ne. Ey Pizze, ein Eis, geht doch. Ja. Ja, ich kann nicht. Ich muss mich das selbst holen. Ich darf mir mal erklären, ob man das nicht schafft. Du musst einfach richtig spät runter. So Leute, ich hole jetzt mal mein Eis. Und bis ich es aufgegessen habe, muss er noch weiter. Wer 100 Tote hat, hat gewonnen. Hallo. Au, das hat mir wehgetan. Nein, ich bin schon wieder bei Noto. Soll ich mal versuchen, mitzukommen? Oh, nicht. Oh, nicht. Das kommt nicht. Das kommt nicht. Ja, gut. Ich kann es auch lesen. So, hat mein Eis geholt. Mal gucken, wie viele Tote er hat. 54. Hast du es? Nee, noch nicht. Ja, schau, würde ich versagen. Wie kann man das Kacklevel überspringen? Gar nicht. Gar nicht. Und er sagt, er sagt auch noch, es ist so easy bestimmt. Ja, aber ich kann nicht springen. Das wäre ja auch easy, wenn ich alles bin. Hey, man kann mal springen. Ich habe so hoch geschafft. Ich habe so hoch geschafft. Ey, du musst schon noch die, äh, die Kallone ausgestuhen. Ich höre mich die ganze Zeit, habe ich mich gerade doppelt gesperrt. dass durch den vier gestimmt hat die kind lukas durch ihn gestimmt hat vielleicht nicht mehr doppelt höre ich mich nicht mehr doppelt ja gut leon was machen wir jetzt weiß ich nicht warten oder versorgen versuchen gleichzeitig den tanz zu machen also wir nehmen einfach mal welchen tanz hast du denn auch den ich habe hast du guck mal den haben nur zwei leute auf der ganzen welt warte hier den habe ich auch als wenn dann sind wir wahrscheinlich die zwei leute ich bin gerade mit einer hand das geht nicht so einfach ja mach 3 2 1 ich kann nicht drücken ich kann nicht drücken 3 2 1 3 2 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 ich habe keinen bock mehr das dauert mir zu lange er hat er hat sich fast überholt ich habe ca mehr hole als leon ist ich verbrenne die 2000 wird dann habt ihr genau gleich Ihr habt jetzt beide gleich viele Tote. Guck mal auf der Karte, wie viele Tote ich hab. Ich hab einfach fucking 22. Und du 74 und der andere 76 bis jetzt. Kann noch bisschen höher sein. Er könnte noch 100 knacken. Selbst mein Freund schafft das. Zocken wir dann gleich Duos oder Teams? Ich weiß nicht. Wenn überhaupt. Ich glaub dann noch mal ganz kurz ein bisschen kreativ. Ganz kurz. Und dann einfach. Keine Ahnung. Willst Du Duos oder Team mehr? Ich? Also ich wär für eine Sache, aber ich sag's erstmal noch nicht. Also, äh, ich weiß nicht wie du heißt. Also, I, 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 Unterstrich und so. Äh, Lukas, nicht gegen dich, aber ich wär mehr für Duos. Ich auch. Nein, 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 nein. Wir spielen eh erst noch bisschen fredig. Hä? Hat jemand beendet? Er hat verlassen. Was? Was? Ich muss doch essen. Ich muss doch noch mein Eis aufessen. Soll ich mit einer Hals? Okay, ich spiel jetzt mit einer Hand gegen Leon. Komm. Mach mal auf privat gleich. Mach mal auf privat. Ja. Dass keiner uns stört. Gleich. Komm schon. Ja, völlig gut. Eigentlich könnte er ja noch mitspielen, so. Aber er... Ja, eins gegen eins. Hm. Was ist? Nein, falsch. Mann. Falsche Map. Alex? Hm? Du sollst ihm wieder in den Sturm. Dann soll ich mich doppelt. Ja. Nein. 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 Was ist das? Hallo. Hallo. Was denn? Hey, wollen wir jetzt Dropper machen oder 101? One plus One. Hier ist ne... Reib gegen Blumen weg. Ich bin weg. Okay. Ich fahr schon mal nicht rein! Alex ich bin weg! Ey! Nicht umändern Digga! Nee Digga! Ich will meine Map! Jetzt will ich die Torfarmachen! Ja ich nicht! Ja! Ganz gut, dass das nicht mehr die Map ist! Was meinst du? Warte, warte, warte! Hast du eigentlich in Adivien noch Däckigas vor allem und so gut gefallen? Ja... Aber... Ja, eigentlich... Ich will jetzt nicht ehrenlos sein, aber... Irgendwie... Hab ich grad... Hast du grad umgeändert? Ist das die Map? Ja... Ihr beide gegen mich! Also man muss nach oben, man muss nach oben um Waffen zu holen! Ja, das hab ich schon gemerkt! Ja, wir beide sind zusammen in einem Team! Ja... Mit Spray Waffen, oder? Also was heißt Spray Waffen? MP so... Ist noch in Ordnung! Gibt's äh, Fall Damage? Ähm... Was ist? Gibt's Fall Damage? Ähm... Nein! Warte, ich muss erstmal sortieren! Warte, ganz kurz! Ich... Ich bin noch nicht fertig! Ja, jetzt! Jetzt! Ey, wir sind in einem Team, Junge! Oder unten! Haben ihn genug? Ey, nicht respawn, weil... Ihr könnt euch noch gegenseitig wiederholen! Ihr könnt! Schafft ihr aber nicht! Ich muss ihn gleich finischen! Ich muss ihn gleich finischen! Oh, Bro! Oh, Bro! Nicht oben campen! Nicht vom Dings schießen! Äh, wo Ikind grad drin ist! Nicht davon schießen! Übersicht! Jaa, du jaa! Oh, so unfair... äh, so unfair... und bis jetzt nicht alt alt und ich 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 So geprankt, ne? Ich bin unsichtbar! Ich bin unsichtbar! Digga, ich guck gleich in deinen Stream! Ey, wehe! Ey, wenn jemand immer in den Stream guckt, ehrenlos! Dann lass dich blicken! Ja, ich komm! Guck, ich baue, ich baue! Ich baue, aber ich bin unsichtbar! Digga, wodurch! Das ist nicht fair! Nein, es ist nicht! Es ist unfair, dass jemand gegen mich ist! Nein, Junge! Ja... Ihr müsst mich nur einmal killen! Wo bist du, Leon? Sag, wo du bist! Ja, Leon, bleib genau da steh! Ich baue krass! Er hat's gescheckt! Er hat's gescheckt! Hä, aber jetzt ohne das Spielen, okay? Jetzt ohne das Spielen! Hä, du bist ja auch unsichtbar! Ne, jetzt nicht mehr! Immer wenn man sich gekillt hat, dann nicht mehr! Nein! Nein, der Chief! Nein! Er wurde nicht wiederbeleben! Bro, hab ich... Ja, dann darf ich ihn ganz kurz killen! Nicht schießen! Typ, ich darf dich ganz kurz killen! Hallo! So... Warte, ich muss dich ganz kurz killen! Oder ich... Ich knapp dich einfach ganz kurz! Nicht wiederbeleben! Nein! Nein, meine ich nicht! Aber du klebst dich! Ja, warte, warte, warte! Gleich, gleich, gleich! Jetzt... Jetzt knüpfe ich dich! Easy! 100%! Ich... Ich schwör auf alles! Was?! Ich schaffe diese Shotgun! Ich krieg diese Shotgun nicht, die du hast! Wo ist die?! Das ist die Tag! Ja, ich weiß, aber ich finde die bei mir nicht! Warte, komm! Komm zu mir! Ich lass dich hier droppen! Warte, ich komm mal zu dir rein kurz, okay? Ne, das... Die gibt's hier nicht! Ach doch! Ich geh dich nicht, okay? Nein, 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 nein! Komm her! Komm her! Komm her! Ich will dich nicht töten! Okay, 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 okay! Hier, ich geh... Ich geh... Ich will kurz reingucken! Egal! Ich hab gesagt... Und ihr guckt in meine Leistung! Ich wette es! Ich sagte... Nicht in Leistung gucken! Man kann abfallen! Und... Erstmal ganz kapiert! Ich muss ihn gleich verlieren! Aber erst mal hier! Bitte, 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 bitte! Ich brauch die Kills! Ich brauch die Kills! Ich brauch die Kills! Warte! Alter, bin ich nicht aufgefangen! Wenn man nur bekommt... Leben glaub ich! Ja, man bekommt einfach Leben! Ja, man bekommt einfach Leben! Oh! Digga, wo bist du? Als wenn du mich nicht gesehen hast! Ja, jetzt, wo ich Headshot bekommen hab... Ja, aber... Davor nicht! Ich... 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 Ich hab nicht... Nein, sie ist nach oben gebaut! Ohne Crappler! Kommt, ist es... Ohne Crappler! Hast du Crappler benutzt? Hallo Leon, hast du Crappler benutzt? Ne, wieso? Lass ohne Boost machen! Boost ist scheiße! Lass ohne Boost machen! Ja, okay, dann lege ich die kurz weg! Also, alle Boost nicht! Weil, das ist scheiße! Dann ist einer Heekround und der andere baut sich hoch! Und der andere macht das nicht ehrlich! Ja, ja, ich pack die weg! Ich pack die weg! Ja! Mit Heel oder ohne? Ohne, oder? Ohne! Ohne! Äh, doch! Eigentlich... Ohne! Ohne! Ich... Ich... Ich eigentlich... Äh... Eigentlich... Nein, wir spielen ohne! Wir spielen ohne! Ja, aber ich dürfte eigentlich welche noch nehmen! Ja, okay, Alex, du darfst du darfst Minis, okay? Ja, okay! Warte, ich muss ganz kurz gucken! Okay, es steht 6-4 für euch! Ah, die Spitze mit blauer Tag? Nein! Nein! Wollen wir mal! Den einen habe ich so low gemacht! Er darf sich nicht spielen! Er hat sich runtergestossen! Ah, ist ein Schwacko! Ah, ich muss ihn finischen! Ich muss ihn finischen! Ich muss ihn finischen! Kiel bekommen! Geil! Aber... Hab kein Green Life... Ähm... Blue Life Still Card! Hab noch kein... Spiel! Ich muss erst mal... Ich muss erst mal mein... Handy holen! Sonst ist es komplett unfair! Das drincht? Eament! malksekles! 片ом neutral! Die Mutter! Das Argumentum dazu ist ein Nah-Aimer! Centrum! Zeig! Alles schön! L Feder für etwas Glanz dicke! könnt ihr meinen namen sehen wahrscheinlich egal mit welcher er spielt und von trieb akk ich bin zu akka ist meine lieblingswaffe bin damit zu krank Jooo, er gibt mir One-Pump. Digga, Lukas, du musst auch mal ein bisschen... Ah, jetzt bin ich zumindest wieder er verplatzt. Fuß. Wo ist Lukas? Kennt der oder was? Ich weiß, wo er ist, aber ich muss auch mal hochbauen. Das ist niedrig. Das ist nicht hoch. Was ist der? Also, das ist der Loco. Für mich besser. Dann ist es nur eins vor eins. Mit Lukas und 14. Ich hab hier einen Hit gelegt. Ein saftiger. Feuer! Beide kommen. Da kommen beide an. Da kommen beide an. Das wäre ein. Ich hab die Schuss. Digga, wie er nicht editet. Hallo! Wenn du holst, dann holst du dein Team mit. Danke! Alles klar, Ghost-Hit. Ich hab jetzt 190 AP, Digga. Das war ein reingeswetter, Digga. No Job! Das war grad so gut von uns, äh von euch, dass ihr beide einfach auf mich gegangen seid. Das war richtig schwer. Aber wie viel Kids habt ihr? 6. Okay, 3 Kids in Führung. Ich hab 6 Kids alleine. Ich weiß. Ich hab mich nicht einmal geholt. Ich weiß. Ich hab mich nicht einmal geholt. Nee, ich hab mich nicht. Ich darf das nicht. Ey, wieso nehmt ihr jetzt meine Stammgewehr? Ey, so ehrenlos! Ihr dürft jetzt nicht mal mein Stammgewehr nehmen, ey. Ihr nehmt nur mein Stammgewehr. Ihr hättet das auch nicht genommen, wenn ich das nicht hätte. Hm. Danke für den Lock. Hallo! Ohne mein Stammgewehr, Kollege. Ich geh auf Finnisch. Ich geh auf Finnisch. Ich geh auf Finnisch. Ich geh auf Finnisch. Ja, Finnisch ist da. Ich geh auf Finnisch. Ey, Leon. Ey, Mann. Leute! Hallo? Ach, Digga, Mann! Spreng dich um. Och, Digga, wo… Steht doch, ich kann in keinem Spielkoller mehr! Was ist das denn? Fuck, man! Fuck, das ist so ein Hurensohn, ey. Fuck, den. Oh, man sucht ins Knie, man. Wer soll mich jetzt Party einladen? Leon, 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 man. Fuck. Leon, ist es zu schwer? Nicht anders ablehnen. Halt die Fresse, du kleiner Hurensohn. Halt dein Maul. Ficke, deine Mutter. Oh, verpiss dich doch! Verpiss euch doch! Mann! Ey, ich kann euch nicht mehr hören. Ich will euch die ganze Zeit was sagen, Mann. Nein, nein. Ja, du bist nicht mein Gruppenkanal. Mein Controller ist alle. Ja, und wie kannst du dann schießen? Jetzt ist er gerade alle gegangen. Ja, aber davor schon. Jetzt trinke ich wieder. Ja, ich kann euch nicht hören. Nein, ich kann euch nicht hören. Das ist so scheiße. Mach mal eine Party, bitte. Ja. Ach, jetzt! Jetzt, Bruder! Jetzt kann ich euch endlich mal hören und so. Ja. 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 Hallo? Ja. Kannst du mich hören? Ja. Wird dein Team jetzt so feiße? Du weißt gar nicht, wie ich ausgerastet bin. Wo ihr mich immer gekillt habt. Weil ich dachte, ihr hört mich noch, dass ich kurz was einstellen muss und so. Ne, ich hab dich nicht gehört. Ich hab auch gesagt, dass ihr jetzt ohne meine Eier spielt so heute, ey. Ohne meine Eier, ey. Das geht so nicht. Hey, wir haben schon, ich hab schon von Anfang an mit der Eier spielt. Mit der AK? Ja. Okay. Aber dieser... Oder wo... Digga, ich probier euch zu pushen und ich weiß nicht, wo ihr seid. Jetzt ist einer in High Crowd, der andere ist in Low Crowd. Ich hasse das Film so, ich beende den Scheiß-Film jetzt. akat ich ersteあり가 deinenître Stream hoch? Aufheerkung... Ich hab'- aty سے nicht mit... Anyway, ich hab' jetzt 20, 30 Grad lang joined. Und jetzt mit mir recht sauber. two koopt und fast passe jetzt in mich backside. Bis zumal. Ich bin jetzt alles von oben benötet. In dem... Du verletzt. Und jetzt bist du그래, .